Wenn man Sonic Adventure mit allen Charakteren durchspielt, wird ein besonderer Charakter freigeschalten. Super Sonic, der eigentlich alle Geschichten vollendet. Oh, I hate that Sonic! You seem to get in my way! I'm in death, well, my master plan! Chaos! The Master Emerald is where it belongs. But Angel Island is still falling. This doesn't make any sense. Maybe... Those Chaos Emeralds that I brought back with me. Have something to do with what's happening. I'll take them to Sonic for his advice. Eggman! This is terrible! Chaos is... Is what? Yes, Eggman learned his lesson. Yep. And maybe I'll take another vacation somewhere. Sonic! Hey there, Tails! Did you find the Tornado too? Never mind that. Get up and follow me. Angel Island is falling again. Hey, no way! Who blew it this time? Oh, I don't know. But we better hurry! Oh, I don't know. 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 Chaos hat also jetzt alle Chaos Emeralds gesammelt, was auf jeden Fall nichts Gutes bedeuten kann. Ihr seht, hier spielen wir wieder als Sonic. Wenn wir als Supersonic den Play-Zo machen, spielen wir natürlich als Sonic, denn Nuckets darf nie wieder in seine Superform kommen. Tails hat keine Superform, nur eine Hyperform. Und Shadow gibt's noch nicht. Metasonic haben wir auch noch nicht. Äh, Metasonic spielt dann übrigens frei, wenn man alle Abzeichen einsammelt. Da kann man die Sonic-Level alle als Metasonic spielen. Ist genau dasselbe Charakter, nur ein anderes Modell. Und ihr seht, der Spin-Dash macht immer noch eine Menge Spaß mit Sonic. Das ist besser. Ihr müsst da an, wo die rumliegen. Sonic... Äh... Sorry. Knuckles! And Eggman! What happened here? He stole my Chaos Emeralds. And Chaos is still alive! What? Ha! He's not gonna get away with this! Hey, Eggman! Wait up! Sonic. Chaos is a fearsome beast. Wenn er das letzte Chaos-Emerald bekommt, dann sind wir fertig. Kein Grund, wir gehen. Tails? Genau! Was? Oh, jeez! This Ort... Es sieht gut aus. Es ist nicht ein Traum. Geht aus meinem Weg! Kein Weg! Sie hörst du was ich gesagt? Ich werde nicht übernehmen. Wir brauchen diese 7 Emeralds, um uns totalen Kraft zu geben. Es ist Kraft für die Leute. Und sie sind auch deine Leute, du weißt. Wir müssen diese Emeralds bekommen. Gräte ist unser Enemies. Once es beginnt, du wirst immer noch mehr. Bitte nicht so machen! Ich bitte dich! Bah! Ich höre nicht die Worte von einem Kind! Ready, Mann? Charge! Vater! Stone! Ugh! Es ist ein Monsters! Ohhhh! Ohhhh! Hey, are you all right? I think so. Oh my gosh! No, no, no! Wait up! The seven emeralds are the servers. Chaos is power, enriched by the heart. The controller serves to unify the chaos. The seven emeralds can change our thoughts into power. If this emerald controls that power, please, you must stop him. Sonic! Wake up! Uh, I was on a snooze cruise, I guess. Good thing you're okay. You just sort of conked out there. Knuckles left already. Come! We gotta go after the last emerald. Uh, lead the way. It should still be on board the Tornado too! No! The train headed for Station Square will be departing soon. Look! It's the Tornado too! Yeah, so let's get the Chaos Emerald and leave. No! He's got the last emerald. Now what do we do? So what do you do? Cool! Tears protumbin keer! Let the game go that way. Let the game go! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Chaos only uses the negative power of the Emeralds. Sonic, you should be able to harness their real power! As much as I hate to admit it, I think Tails is right about this. Go Sonic! Yeah, Sonic! 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 Negative forces aren't the only way to empower the Chaos Emeralds. Go Sonic! Our positive feelings toward each other can make them worse. Go Sonic! Our hearts together form awesome powers. Go Sonic! Go Sonic! Go Sonic! Go Sonic! Go Sonic! Go Sonic!